Was geht ab, Leute? Ich begrüße euch zu einem weiteren Part, Dirt Rallye 2.0 und jetzt lehnt euch erstmal zurück und genießt das Spiel. Ja, ähm, was kann ich jetzt am Anfang sagen? Naja, ich hab jetzt ein bisschen wieder an den Einstellungen ein bisschen geschraubt, also ich fand jetzt eigentlich die Aufnahme am letzten Mal ganz gut mit OBS Studio, allerdings, ähm, ja, hab ich irgendwie ein anderes, oder brauch ich ein anderes Schnittprogramm, das hat irgendwie nicht so ganz hingehauen, wie ich mir das gedacht hab. Ähm, das heißt, entweder ich schaff's jetzt sogar ganz ohne Cutten, dieses Video, dann kommt's einfach so hoch, letztes Mal hab ich's mit YouTube Studio, äh, geschnitten, oder ich klapp mir jetzt halt doch nochmal ein anderes Programm runter, aber, ähm, das sollte uns jetzt auch nicht davon abhalten, hier einfach reinzustarten. Ich hab jetzt auch versucht, ähm, auf Anraten von euch hin, ähm, mal wieder den Ton, also Rusalka TV hat das, ähm, geschrieben, dass wieder der Ton zu laut war, also vom, vom Rennen selbst. Ich hab's jetzt wieder ein bisschen runter gedreht, ähm, es ist nur schwierig, weil, ich kann euch das hier mal zeigen, also ich kann die Menümusik noch lauter machen, ja, Wiederholung auch, aber hier, das ist das Laute, Effekte, Motor, Sprache, naja, das, was sie sagt, kann ich ein bisschen runter machen, aber wirklich, also, das Laute krieg ich hier gar nicht mehr weg, das heißt, ich kann eigentlich nur, ähm, nur ändern, wie der Ton aufgezeichnet wird, und jetzt hab ich einfach mal ein bisschen leiser den Ton aufzeichnen lassen und hoffe, dass es diesmal besser passt, wenn nicht, muss ich nächstes Mal nochmal ein bisschen runter gehen, ähm, ja, wenn jemand von euch das Spiel selber irgendwie spielt und, sag ich mal, aufnimmt, dann sagt mir bitte Bescheid, wenn ihr irgendwie eine Ahnung habt, wie man das, äh, besser hinbekommt, ich weiß es nämlich nicht, ähm, ich tue mir da ziemlich schwer, muss ich sagen, aber wir gehen jetzt einfach mal rein. Start, 30, 4 links, macht zu, in 5 rechts, in 4 links, viel Glück. Also für mich ist sie auf jeden Fall ein bisschen leiser. 5, 4, 3, 2, 1, los. Also für mich ist sie auf jeden Fall ein bisschen leiser, ich hoffe das jetzt auch in der Hakenkruppe. Ähm, ja, wieder ein bisschen reinkommen. Okay, wir starten neu, äh, irgendwie. Müssen wir erstmal wieder ein bisschen reinkommen hier, Leute. 3, 2, 1, los, 30, 4 links, nach 2, in 5 rechts, in 4 links, in 2 rechts lang, macht auf, 4 links, in 2 rechts, okay, also ich muss erstmal ein bisschen wieder reinkommen, seit der letzten Aufnahme habe ich halt auch kein Dirt Rallye mehr gespielt, dafür ein Haufen andere Spiele, weil ich so recht, also zwischenzeitlich war ich auch in der LAN-Party mit ein paar alten Freunden, und da haben wir einen Haufen Zeug gespielt, aber keine Rennen, also wir haben flat ausgespielt, aber das ist ja nicht so wichtig, jetzt Autorennen, auch wenn man Rennen fahren kann, aber da geht es eigentlich mehr ums Zerstören von Autos, 4 links, sehr lang, macht zu, macht auf, don't cut, in 6 rechts, don't cut, in Gabel, 2 links lang, macht auf, macht zu, 3, irgendwas mit Gabel hat sie gesagt, ich weiß es nicht, 5 rechts, macht zu, 6 links, 6 rechts, in 1 links, macht zu, so, viel zu weit draußen, so, in 6 rechts, und links halten, in 1 rechts lang, macht auf, in voll links, 3, 6, 5 rechts lang, macht auf, ja, also es fühlt sich irgendwie nicht so geil an gerade, muss ich sagen, aber ich kann euch jetzt gar nicht sagen, wo man es genau geht, in 4 links, in 3 rechts, in Achtung, 4 links lang, macht zu, 3, don't cut, durch Tor eng, und da sind wir viel, so weit noch nichts rausgekommen, jetzt haben wir hier ein bisschen Hoppelpartie, in 6 rechts, in 4 links, in Achtung, 5 rechts lang, macht zu, 1, man muss aber sagen, dass mit dem neuen Bildschirm es doch wesentlich entspannter ist, ich habe jetzt auch, äh, in 6 links, aktiviert, das hatten wir letztes Mal noch nicht drin, aber, da merke ich jetzt hier keinen Unterschied, muss ich sagen, aber, naja, ist ja jetzt auch nicht so wichtig, nur damit ihr Bescheid wisst, und, 4 links, sehr lang, ja, also, ich, ich höre ja praktisch, wenn sie zu laut wäre, wenn ich mir gleich die, ähm, nachher die Aufnahme wieder anhöre, bevor ich sie schneide, wenn ich sie dann schneiden muss, ähm, in 4 rechts, über Kuppe, in 1 rechts, nach 2, weil es könnte ja sein, dass ich sage, okay, jetzt ist es besser, aber ihr sagt, dass es immer noch, äh, immer noch, dass sie immer noch zu, äh, laut ist, die Motorengeräusche immer auf die Sprecherin, in 4 links, sehr lang, macht auf, ähm, und 5 rechts, ach so, ja, ich habe auch gerade, weil es hier, äh, bei uns halt zu über 28,5 Grad hat, und links, also, laut Wetterbericht sind sogar über 30, aber, mein Thermometer sagt 28,5, dem glaube ich wer, äh, deswegen läuft mein Ventilator, so, ich habe den allerdings jetzt so eingestellt, dass ich zwar von dem, von dem Windpass aufbekommen, aber jetzt eigentlich nicht, okay, nicht in die Aufnahme rein müssen sollte, okay, ich muss irgendwie drehen, wir hatten 6 Sekunden Vorsprung, aber die müssen jetzt dahin sein, Leute, weil sie das Auto nicht so gedreht hat, wie ich es gerne gedreht hätte, so, aber vielleicht schaffen wir es ja wieder ein bisschen rauszuholen, ist gerade eine Harley vorbeigefahren vorm Fenster, die habe ich sogar durch die Kopfhörer noch gehört, dann ist es wahrscheinlich auch mit auf der, äh, Aufnahme drauf, mit geschlossenem Fenster und Hopfhörer. Also mit geschlossenem Fenster und Hopfhörer. So. Links halten, für 40, 5 rechts, über Kuppe, sehr lang, Mach zu. Wir sind sogar noch vorne dran, aber halt wirklich minimal. Wir haben halt echt viel Zeit an die Höhe. In 4 rechts, Mach auf, über Kuppe, 3 Sek, 5 links, Mach zu, über Kuppe, in 5 rechts. Okay. In 3 links, Mach zu. In, Cut, 6 rechts, über Kuppe, lang, in langsam, rechts, rechts, kehrer, links, weit, downcut. In, 6 rechts, über Kuppe, und Sprung. Nein! Dreh dich! Ich habe es extra nicht gecuttet, weil du gesagt hast, downcut, aber ich bin hinten eingeschlagen. Ui, wie blöd, ey. Ja, diesmal verlieren wir Zeit, Leute. Macht auf, rechts halten, für 30, Kuppe, 3 links, über Kuppe, in 4 rechts, lang, Macht auf, über Kuppe, in 3 links, Macht auf, über Kuppe, und Sprung, maybe, über Ziel, zum Stoppen. Aber nur echt? Okay. Also bei meiner Gruppe bin ich jetzt zumindest Zweiter. Ich habe ein gutes Gefühl, aber warten wir auf die Zeiten. Ja, warten wir mal bitte auf die Zeiten. Okay, ich fahre jetzt zumindest immer bei der besten Gruppe mit. Das haben wir nicht mehr das Problem wie davor, dass wir dann auf einmal trotzdem Sechzehnter sind. Wir sind in der besten Gruppe und sind dann da Zweiter. Das ist aber okay. So, jetzt würde mich aber interessieren, ja, wir haben beim ersten Checkpoint haben wir vier Sekunden gut gemacht. Beim zweiten hatten wir dann praktisch noch zwei, nee, beim zweiten haben wir immer noch zwei Sekunden. Also sechs Sekunden haben wir gut gemacht und am Ende sind wir praktisch auf fast null rausgekommen. Ja, dafür, wir sind immer noch eine halbe Minute knapp schneller als der zweite. Es ist schon heftig. Also, da sind wir richtig gut Zeit rausgefahren. So. Irgendwie ist das ein bisschen schief, die Musik, die so im Hintergrund kommt. Ihr könnt mir auch gerne mal sagen, ob wir das rausgeschnitten haben wollen. Diese kurze Ladescreens, die es zwischendrin gibt. 5, 4, 3, 2, 1, los. Ja, also das könnt ihr mir gerne mal sagen, weil ich finde die immer sehr interessant, weil ich halt weiß, wie viel Uhr startet, was für ein Wetter haben wir. Aber wenn ihr sagt, eigentlich ist es egal, ihr wollt nur das Rennen sehen, dann schreibe ich das natürlich immer raus. Kein Thema. Würde ihr mir gerne mal sagen. Also, schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr das gerne hättet. Wollt ihr das sehen, wollt ihr das nicht sehen? Okay, okay. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass es links super tief runter geht und ich einfach runterfalle. Das war jetzt A-Rechts. Uh, ja, ja. Ja. Ja gut, das war jetzt... Ja gut, jetzt haben wir uns nochmal komplett blöde gedreht. Jetzt starte ich es halt doch nochmal neu. Ich hatte es davor noch eingefangen, aber das rausrutschen jetzt. 3, 2, 1, los, 3 links, nach 2, in 2 rechts, in 4 links, über Kuppe, in 5 rechts, in 6 links, small cut. Ja, ich habe ihn geschlagen. Hä, was ist denn das? So, so, so. So, so, so. Mais, in 5 links, in 6 rechts, extra lang, nach 2, 3 rechts. Aber das ist echt, die Strecke ist, finde ich nicht zu unterschätzen, weil es nicht das ist. sand ist man rutscht halt dann doch ziemlich krass das muss man nur gucken da hatte ich ja gerade eben noch gesagt dass ich angst hat darunter zu wollen das ist aber nicht das hat ganz gut klappt aber danach freizustellen das heißt ich versuche jetzt einfach hier ein bisschen pace auszunehmen aber wieder ok wir nehmen unseren letzten neustart leute so jetzt muss es aber sitzen ich glaube ich bin da einfach zu schnell unterwegs also für die strecke bin ich glaube ich einfach zu stellen und sobald man ein bisschen weg kommt vom sand springt das auto halt extrem das ist halt echt nicht zu unterschätzen in fünf links und zu recht zu in fünf links lang über gruppe hier haben wir uns noch nie gedreht aber wir drehen uns trotzdem es ist echt ich habe jetzt noch nicht mal viel gas gegeben also diesmal habe ich jetzt sind wir weiter als wir es bisher geschafft haben und wir schlagen ein keine chance also sobald das auto noch ein bisschen rausgetragen wird ich kann zwar auf die bremse gehen aber dann blockiert es halt komplett ok also hier ist ein bisschen vorsichtig aber zweieinhalb sekunden haben wir trotzdem Glück gemacht obwohl ich mich gerade zurückhaltend beim fahren in fünf rechts 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 da war ich zwar jetzt war ich zu schnell unterwegs wahrscheinlich schon also ich bin halt einfach nach dem sprung dann ist das auto soweit nach rechts weil ich hatte keine chance aber wir haben die zweieinhalb sekunden jetzt wieder verschenkt zweieinhalb sekunden haben wir verschenkt und wir haben jetzt richtig Alter ist das behindert aber das ist gerade überhaupt nicht mein Fall irgendwie ich sehe immer ich sehe praktisch immer den Sand kommen oder den Stein kommen mit dem ich gleich einschlagen werde aber ich kann es dann nicht mehr retten Boah sieben Sekunden das heißt der eine muss gerade neuneinhalb sekunden schneller gewesen sein in der einen zwischenzeit weil die ersten waren ja noch besser also er hat neuneinhalb sekunden war der jetzt schneller in der zweiten vier links lang im zweiten Checkpoint also ihr habt ja gesehen wir haben 30 sekunden praktisch auf dem zweiten in der meisterschaft das heißt solange ich den mal bei fünf sekunden halten kann also dass er maximal die fünf sekunden wenn ich rankomme dann ist das okay aus meiner sehne aus meiner sehne aus meiner sehne 5 links extra lang mach zu 4 so 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 rechts so links und äh da wurde es schleiches halt wieder ich bin dann mitnicht man muss auch sehr zackhaft das leben und wir haben zwei sekunden ist so 50 übersprungen das ist ja das wo ich gerade eben gemeint habe mit fünf ich bin ich jetzt halt ein bisschen okay aber noch gerettet ist der fahrer und der beifahrer noch mit einem schrecken davon gekommen aber man sieht also hier kann man richtig durch passen und ich glaube wir sind die auch schon richtig durchgepacet aber irgendwie schaffe ich es gerade nicht so leute holte halt wirklich zeit so mal gucken wie viel wir jetzt liegen gelassen haben wie gesagt fünf sekunden finde ich okay es sind neun es ist fast doppelt so viel ja das ist halt scheiße leute wir sind jetzt auch nur elfter geworden wir hatten eine unglaubliche veranstaltung du hast dir den sieg echt verdient den sieg haben wir jetzt die meisterschaft rum ich bin trotzdem erster geworden das wäre natürlich jetzt ja geil ja nicht schlecht also ich meine sind immer noch es sind immer noch gute sekunden bis zum zweiten 35 oder so wenn ich mich jetzt nicht vertan ein wahrer augenschmeiß sehe ich aber auch so so wir sind damit erster geworden bekommen 30 punkte für die meisterschaft ne 45.000 credits nochmal und als nächstes kommt wieder ja da kommt polen als nächstes ok leute das sollte es jetzt aber gewesen sein ich dachte weil wir letztes mal ein bisschen überzogen haben mache ich diesmal zumindest jetzt die das event fertig und jetzt haben wir praktisch noch zwei events vor uns mit jeweils vier etappen und ja man sieht ganz gut 21 platz dritter platz erster platz erster platz also wir verbessern uns auf jeden fall platzierung in der meisterschaft sind wir aktuell zweiter da sind wir immer noch naja man bekommt 30 punkte für einen sieg und vor uns ist halt einer der wurde erster zweiter dritter zweiter wir wurden halt ein zwanzigster dritter erster erster deswegen der ist halt noch mal 24 punkte vor uns also das in zwei etappen das heißt wenn wir jetzt zweimal 60 punkte einheimsen also wenn der zweiter wird ne sieht schlecht für uns aus aber noch ist ja das ende nicht gekommen ja sagt mir bescheid wollt ihr die zwischensequenzen sehen wo dann dabei steht was für ein wetter was für eine tageszeit und wollt ihr wollt ihr sehen wenn ich neu starte oder wollt ihr einfach soll ich das auch rausschneiden dann seht ihr praktisch dann werden wahrscheinlich die videos kürzer und wir haben dann vielleicht sogar vier etappen also alle vier etappen in einem video aber wirklich nur das rennen selbst sagt mir einfach mal bescheid und bis zum nächsten mal euer ludico